Hallo liebe Leute, mein Name ist Barbara Rappauer. Mit diesem Video möchte ich euch meine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung Empower Yourself vorstellen. Zuerst kurz zu meiner Person. Ich praktiziere seit 17 Jahren Yoga, unterricht seit 11 Jahren Fulltime. In der Zwischenzeit habe ich über 3000 Gruppenstunden abgehalten, über 35 Anfängerkurse, zahlreiche Masterclasses und Workshops zu spezifischen Themen. Zudem bin ich auch noch Bodyworkerin und gebe Kraniosakralbehandlungen. 2014 habe ich mich entschieden, all mein Wissen zu bündeln und meine Erfahrungen zu bündeln und die Ausbildung Empower Yourself ins Leben gerufen. Der Antrieb dahinter war für mich damals und ist auch immer noch, den Menschen, die an der Ausbildung teilnehmen, dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten, ein Leben nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu führen und dauerhaft glücklich zu sein. Also Empower Yourself. Die Ausbildung basiert auf drei Säulen. Die erste Säule umfasst die Bereiche Yoga Methodik, Yoga Technik und Yoga Unterricht. Dabei lernst du eine abgerundete, sichere und in Erinnerung bleibende Yogastunde zu erstellen. Für die Teilnehmerinnen, aber auch für dich in Form deiner Eigenpraxis. Die zweite Säule umfasst den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Dabei nehmen wir Yoga-Philosophie und emotionale Prozessarbeit zur Hilfe, um den Fragen auf den Grund zu gehen, wie entfalte ich mein Potenzial, wie lebe ich meine Stärken. Die Antworten auf diese Fragen geben deinem Unterricht die entsprechende Tiefe und helfen auch dabei, das Yoga abseits der Mathe in deinem Leben zu integrieren. Aber Achtung! In diesem Bereich werden Veränderungsprozesse angestupst. Die dritte Säule fokussiert sich auf dem Bereich Yoga als Business. Da geht es darum, deine Botschaft so nach außen zu bringen, dass sie auch gehört wird. Meine Erfahrung als ehemalige Yoga-Studio-Betreiberin für neun Jahre ist dabei sehr hilfreich. Sprache und Sprechtechnik sind dabei auch essentiell. Wichtig ist, dass du gehört wirst, abseits vom Yoga-Unterricht, aber natürlich auch in der Yoga-Stunde. In Summe ist diese Ausbildung sehr undogmatisch, sehr praxisorientiert und sehr persönlich. Es wird dabei viel gelacht, gebüffelt, gestöhnt, geschwitzt und vor allen Dingen wird viel in Bewegung gebracht. Ich freue mich, wenn auch du Teil davon bist. Die Detailinfos zum Inhalt, zur Struktur und zum Zertifikat findest du auf der Webseite. Ich halte auch regelmäßig Infostunden zur Ausbildung ab, wo deine Fragen Platz haben und wo wir uns natürlich auch persönlich kennenlernen können. Aho, deine Barbara. Es ist wahnsinnig intensiv und fühlt sich super angenehm an. Mit Liebe und Herausforderung. Und jetzt habe ich Lust, als Jungalehrer tätig zu sein. Schauen wir mal, wo das noch hinfällt. Wie ich bei mir sein kann und meine Grenzen respektiere und das ist total wertvoll. Auch meine innere Kraft ist wieder gewachsen und das tut mir sehr gut und ich fühle mich sehr wohl.